Hey, da ist die Kamera, gell? Da ist die Jury, das ist gut. Wir bringen die ins Banden, ihr oder mir? Das Dei hat gegrüßt, Volk zu Lindbergh. Wir sind die Holzknechte und wir sind eine Gruppe. Wir machen Mittelalter, Wehrkampf und so spannende Sachen. Wir machen Mittelalter, wir machen Mittelalter. Wie es im Mittelalter so war, da haben wir eine Bauern. Hier wieder Bauer. Wie es im Mittelalter so war, sie hatten keinen Dünger, auch keine Traktoren. Und das Zeug, was wir heute für die Landwirtschaft so hat, da herrschte Hunger. Wir haben Hunger. Und weil der Bauer richtig verzweifelt war. Ich bin so verzweifelt. Deswegen begann er von lauter Hunger sich selbst seine Hand aufzunagen. Ja, der war dann zwar sein, aber seine Hand, da hat ihm fürchterlich weh. Aber der Bauer, der war nicht der einzige im finsteren Mittelalter, der Hunger hatte. Ja, der Bauer, jetzt starten wir noch mit anderen, der Hunger hatte. Und das war die Kamelot, König Arthur. Ja, der saß da auf seinem Schloss. Da dachte sich, wem könnte er denn etwas zu essen wegnehmen? Na, wem könnte er denn etwas zu essen wegnehmen? Und da kam sein schlauer Pirater und Zauberkundiger am Hof, Merlin. Das ist ein... Ich bin ein Merlin. Ja, und er brachte ihm McKalibur. McKalibur! Ja, und der König fragte Merlin, da er sein Ratgeber war, was ihr zu tun seid. Na, Merlin, guter Mann, was ist denn zu tun? Und Merlin gab es ihm einen guten Ratschlag, na die Bauern ausnehmen. Ja, die Bauern ausnehmen! Ja, ein guter Mann! Das ist die Schreckung. Na, also machte sich der König Arthur und Merlin bewaffnet mit Excalibur und einem Zauberstab auf den Weg. Na, und da traf ich unsere Bauern. Groß Servus! Arthur! Ja, ich sehe, ich bin bereit bei der Hand. Ja, ich habe Hunger gehabt. Na, dann werdet ihr deine zweite auch noch wegessen? Na, die brauche ich ja noch. Na, ich bin nicht so brauche. 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 Na, der Bauer hat meinen Arger mit Rengen. Ich bin Arger mit Rengen. Ich bin Arger mit Rengen. Ja, wie will sie nicht mehr geben. Aber, wer taucht da auf? Wer taucht auf? Wer taucht auf? Es ist Robin Hood. Er ist super da. Um dem Bauer zu helfen. Aber, da ist ja noch Merlin. Und er verzaubert Robin Hood. Merlin, verzauber ich ihn. So, dass er sich nicht bewegen kann. Na, jetzt geht's in der Hand. Ja, ich bin Arger mit Rengen. Wieder in Bedrängnis. Wie tut das? So, Linder, endlich. Wir sind so brauche. Ein Eilung. Ein Eilung. Spricht den Sauber von Merlin. Ja, ich kann wieder aufstehen. Ich kann wieder aufstehen. Und er stellt sich, König Arthur, zum Kampf. Ich stelle mich dir zum Kampf, König Arthur. Ich bin der wahre Held von England. Oh, gar nicht. Dann lass dir doch die Waffe entscheiden. Na. Na, warte. Na, warte. Oh, nehmt ja. Dann ja claymig schon. Rääääää! Fynn! Faroo! Rääää! Arriba! Worab bist du? Alter, ey! Hui! Warte, Chef, vorbeug ich doch bitte doch einmal die kurze Pause. Na warte, es geht in meinen mächtigsten Heap. Ah du hast mächtiger Heap! Heap! Heap geklappe! Heap geklappe! Heap! Wow! Oh, die Kroon, ey! ... ARGHH! 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 Ex-Karlivor! Nein! Du mein Freund! ARGHH! ARGHH!